Und ich bin so ein bisschen mit mir geholfen. Ich bin so ein bisschen mit mir. Ich bin so ein bisschen mit mir. Ich bin so ein bisschen mit mir geholfen. Ich bin so ein bisschen mit mir geholfen. So. Das haben wir wieder, ne? Ich kenn mir für Sparta. Mein Schwer und meine ganze Kraft gehören Sparta. Das höre ich gern. Möge Ares heute mit uns sein! Ey klar. Und wir suchen uns gleich mal die stärksten nach außen, ne? Die Anführer, am besten. Oh yeah. Ein schlechter Tag für Athen! Ein glorreicher für Sparta! 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 Spatania! Zack, bumm! Links schon, Alter. So. Was sind die Anführer? Ich seh's grad nicht. Alter! So. Ich brauch'n Anführer. Das wär' super, ne? Aber kommt's ja später. Zeig ihnen, dass wir nicht aufgeben! Mal schön entwaffnen, oder? Mal schön entwaffnen, oder? Mal schön entwaffnen. Mal schön entwaffnen! Mal schön. Mal schön! Mal schön. märz alle vorne So, den nächsten brauche ich. Alter, wo ist ein Anführer? Ah, da ist er. Alter, stirb jetzt. Was willst du jetzt? Ach, geschlecht, Alter. Zack, bumm, lügt das schon. Aha. Und tschüss, Kollege Braunschweig. So, just me. Und der letzte Losser. Der letzte Losser. Der letzte Losser. ja immer der morsche was würdest du von mir Ist doch nirgendwo ein Anfänger? Sehendrück, oder? Sack, oder? Das war's, oder? Jawohl, sichert uns. SICK! Cash in the dash. Ne, war nicht so schlecht. 7.350 E.P.E.X.B. haben wir gekriegt, ne? E.P.E.P.E.X.B. So. Da ist ja der Schlacht. Oh, die Gravur freigeschalten. Stufe 17. Ja, geil-O-Matica. Kling-Kling. So. Schau mal. Schau mal, klein mal. Gibst du mir schön Cash in die Dash? Was ist denn dran? So. Schau mal, Karte. Ja, das haben wir wieder gefestigt, das Land. So. Das haben wir noch nicht. Das haben wir. Aha. Das könnten wir auch einnehmen. Ja, ich würde sagen, ne? Das ist klein hier, ne? Dann machen wir eine Schnellreise. 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 Das ist ein bisschen. Nice, nice. Bitte warten. Hold the line. Ihr Spiel geht weiter in wenigen Sekunden. Dankeschön. Bis morgen. So. Etwas andereschen. Ähm. Ne. Icarus. Fail. Warte mal. Taster. Warte mal. So. Normal. Schwer. Ja. Okay. Ähm. Und dann das. Dies hier mal die Presse. Okay. Da drüber. Wie. 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 Sandra. 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 Gute Vorarbeit haben wir gleich dort vorhin, dadurch, dass wir die ganzen Dörfer vorhin schon auseinandergenommen haben. Wir sind in der Ferne, wir sind in der Ferne gehabt. Wir blicken doch schnell so, oder? Komm schon. So. Pssst, der Feind hört mit. Tot in Athen. So. Weg sie, wo bist denn? Reiten wir vor was. Straße und Ziel. Das Ziel wird der Weg sein. Der Weg wird das Ziel sein. Irgendwie. Ein Weg wird das Ziel sein. Wum, ne? Oder? Naja. Auch nicht so tragisch, ne? Wer nimmt das schon ernst, ne? Ah. Übel, oder so, ne? Wohin reutest denn du eigentlich, Cassandra? Alter! Du reitest ja irgendwo hin, ne? Nö. Kein anderes, Cassandra. Schau. Der reitet wieder dort rein. Ich will dorthin, Cassandra. Dorthin. Warte mal. Hör. Mach Platz da. Ja, mach Platz da. Lass mal ran da. Pst. Hihi. So. Jetzt. Los jetzt, hör! Booten gingen, die Kielmale. Die Kielmale. Warte mal. Da unten. Da müssen wir hin lang. Achso. Hey da. Habt ihr einen Stress oder was? Was ist mit euch? Es ist soweit. Ihr kriegt auch immer eure Gerechtigkeit. Was ist mit dir? Gamm ja, gamm ja, ha. Warte mal. Wer schießt denn da, Alter? Was für feige Partie seid ihr, Alter? So. Ach, komm her. Wenn die langweilig ist. Kommt der Löwe her. Ja, scheiß die Warntern. Was für ein Debschi hat denn da jetzt den Löwen rauslassen? Aua. Das andere, das andere, das andere. Die machen Sachen, ne? Ja, wo ist denn das? Ja. Der Typ da, ne? Keine Ahnung. Lassen wir den mal frei. Aua. Quatsch. Hoppapa. Woher kommst du her? So, Alter. Du hast auch immer keine Chance, das Zeug. Machen wir uns das mal aus, ne? Du laufst nicht. Geh keine Chance. So. Bratwurst. Was gibt's denn da, Scheines? Hoppala. So. Hopp. Oh. Wie? Wurzelbump macht, ne? Fast. Aber dann fast. Okay. Cash in the cash. So. Da noch Loot. Da noch Loot. Bin ich ein richtiger Du nicht gut? Egal. So. Sie sind hier Mosse. Ella. So, Ella heißt sie, ja? Und der Gar. Ich habe es. Nein. Kann man da raus? Kannst du darüber spüren? Ella. Wo ist denn da der Ausgang? Los. Die Nase entlang, ne? So. Komm schon. Wo ist denn unser Ziel jetzt, ne? Haben wir jetzt zu lange gebraucht, oder wie? Xerxes. Das ist jetzt blöd, ne? Laufen. Anscheinend. Schade, schade, schade. Warte mal. Was ist das für Stufe 20? Ist das, okay. Haben wir hier noch was zum Maledicken? Ja, das da drüben. Komm her. So. Dann machen wir eben halt was, ne? Wenn wir wieder eine Bude auseinander. So. Haltet Bildschirm vorbei. Und runter der Kassandra. Kassandra, hüpfen wir mal rein da. Du hüpfst dir immer schön daneben jetzt. Zeit, ne? Dann knick in der Optik oder so. So. Merkieren wir uns das da. Wie da. Okay. So. Halleluja, ja. Warte mal. Haben wir da schon was mit denen? Ich komme wieder. Ja, ja. Da haben wir noch nix. Auf die Reihe gekriegt, aber wir gehen jetzt mal da auch nach oben. Ja, deine Gitarre. Vorlieb, deine Gitarre. Was ist ja? Neue historische Orte entdeckt. Warte mal. Ein Tempel wäre klasse, ne? So. Ja, ja. So ein Tempelchen. So. Raff da. Ja, ja. Ja, kassandra. So. Ja, ja, ja. So. Ja. Na? Haver. Hoppala Hier werden sie besonders wachsam sein Hoppala Jetzt auf, ey Oh ja, ich sterbe, schau mich an, ich sterbe so viel Was ist mit euch, seid ihr nur so Bock und Schützenverein oder was ist da? Oh ja, ich sterbe so viel, schau mich an, ich sterbe so viel Ich weiß nicht, aufdringlich sein und sterben So Was haben wir da? Einen Gefangenen haben wir da? Okay Haben wir schon aufgemischt jetzt oder wie? Oder Ist ne Tafel Sehr gut Scheinlich haben wir aufgemischt, ne? Okay Hier kanns noch recht sein So, Tafel Und ein Schatz haben wir hier So Besuchen Alles schön Gut Hey Servus Ich brauche Hilfe Ja, komm mal raus Digga Leben geschenkt Das kann ich nie zurückzahlen Probier's mit Ratenzahlung Geht auch So 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 Abwieder So 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 Und jetzt schauen wir mal Fähigkeiten Kann man das Dings upgraden eigentlich verbessern? Also in der Geschichte müssen wir erst weiterkommen Hm Beschwöre athensweitsicht um alle Geheimnisse zu offenbaren inklusive Truhen und Geheimgänge In einem Radius von 20 Meter alle Gegner in der Nähe werden erfasst Okay Kann das auch verbessern? Dann 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 Schlag Dann Dann Dein Speerhaube gehabt noch Weiß glaube ich habe den Krieg Hm ja an einem gift so was haben wir jetzt vor was ist das für ein gebiet eigentlich 1923 ja was haben wir da da könnten wir hingehen oder aber die höhle dann wollten wir erforschen da war da noch eine höhle irgendwo in der nähe ja dann gehen wir zu der hülle haben wir sonst nichts fahren ein bisserl zeit haben ja noch so sandra du stirbst da machen wir hier kreis Warte mal. Kopf gilt. So. Wie schaut's aus? Schau mal. Mehrere Quests zu machen können, die wir jetzt schön abarbeiten. Wir haben die Soldaten besiegt, aber nur Narren würden sich in Sicherheit wiegen. Was hast du vor? Spartanerinnen sind keine schwachen Athenerinnen. Wir verfügen über Geld, Eigentum und Zorn. Und wir werden damit gegen ihre Soldaten und ihre Schiffe vorgehen. Ich war. Bittest du mich gerade, all diese Athener in die Unterwelt zu schicken? Ich will, dass du das Meer mit deinem Zorn überziehst und all ihre Schiffe zerstörst. Hm. Ich kümmere mich darum. Ich vernichte sie. Gut. Bitte beeil dich. Ich muss dann mal los. Zerstöre Schiffe, okay. Dann. Und das da? Hoppala. Siehste, kann man gleich schauen, wenn ein Schiff... Ah, upgraden. Wulffsperre. Sperrwürfe. Schneller laden, ne? Das ist echt cool, ne? Ja. Hm. Ja, ich bin gewillt, oder? Oh, okay. Das... Sieht gerade nicht aus, ne? Verteidigung. Ja, ver... Ja, warum hab ich das? Okay. Okay. Verteidigung. So. Hm. Hm. Boah. Das ist richtig teuer. Das ist ja mal wichtig, ne? So. So. Können wir noch was aufrüsten? So. Ach, wird uns Cache. Das ist okay. Aber ich glaub, das Schiff ist schon wichtig, ne? So. Inventare. Gut bewahre die langen Haare. So. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Schmiedehammer. Upgrade kann man es ja nicht, oder? Auf eher legendäre Waffe, oder? Ich sag mal, ich weiß es gar nicht. Bogen. Schlangenbogen. Schwere. Hm. 14er. 13, klar weg. 16er. 14er. 1. 11 sachen verband, so, okay, ah nix, können wir jetzt wieder was upgraden vielleicht? oh ja, schauen, könnten wir wieder was machen, feuer so, so, bei uns haben wir keine noch, keine noch, keine mehr gekriegt jetzt nur, so, Quests, dann haben wir was aufmetzt und dann schauen wir mal was da früher los ist, ne, na, 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 ich fand eine nachricht an der tafel was ist geschehen du hältst dich für großartig oder du spielst für das spartanische herr in mega ist die heldin und nun hältst du dich für allmächtig unfassbar dass ich für die stadt eine statue von dir fertigen soll malak es wie du hätten so etwas nicht hinbekommen es wurde auch zeit dass ich anerkennung finde bevor ich dir zu ehren eine statue fertige solltest du etwas für die menschen hier tun mein dorf wird von einem rudelwölfe geplagt du willst eine wahre heldin sein dann ist das deine chance wölfe ja richtige wölfe nicht nur ein arroganter spartaner mit albernem helm lass mich raten du willst dass ich die wölfe jage ja sie müssen alle erlegt werden nimmst du an ich helfe du rettest mich überlass das ruhig mir dann küsst man uns noch die frau malakka wo ist denn das jetzt drüben geht es rund die schnauern wird man do es ist nicht die ella das andere anders sag sie ob sie da sie ob sie ma sie oder wo du hinreiten willst du wieder so das ist job für igarus was was ist denn mit dir hola 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 so da lakas ok quest verfolgen erledigt die mit der statuie Mann, hier... Mann, nacka... Hier, ne, kriegt man sich hin, da, das... Weg, da, das Schwein durch... Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Du bist zurück? Sind sie alle tot? Oh, yeah! Jeden einzelnen. Du kannst wahrlich gut kämpfen. Bitte, nimm dies zum Dank. Ich mache keine halben Sachen. Ja, krieg ich jetzt meine Statue. Das ist das... Sag mal... Boah, du Scheißkost. So. Jetzt haben wir... Ne. Warte mal. Den Typen da mal. Kopfgelder. Politiker. So. Hoppala. Interessante, weißt du zusammen. Halt dich fest. Halt dich fest. Schließ dich fest in deinem Herzen ein. Und vergiss nicht... ...dass irgendwo ein Lichtlein scheint. Kassandra. So. Kassandra-Maus. Weitermaus. Einmal da oben für den Politiker. Attentat. Tötung. Bestätigen. Ja. Ja. Ist bestätigt, glaube ich, ne? 1400. Boah, cool. Ja. Ja. Ein Kopfgelderjäger haben wir wieder. Ne? Sehr gut. Ja. Wer ist's? Wer ist's? T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Fünf Schiffe, Athen, dann müssen wir das stören. Tötte Schütze, ganze Griechische Welt. Athenische Schiffe in der ganzen Welt. Athenische Schiffe in der ganzen Welt. Athenische Schiffe, ja, ja, ja. Klingt gut. So, jetzt mal schauen. Ähm. Wo ist unser Schiff, ne? Sehr hier. So, sehr gut. Dann düsen wir mal da hin. Wir haben da jetzt neue Quests. Warte mal. Alles abkrassen. Töre. Ach nö, jetzt ist der Kollege Braunschweig wieder hier, ne? Wahrscheinlich, der will mich töten. Sein Kopfgeld kassieren. Aber wir haben selber einen Auftrag, ne? So. Und, so. Festfehlgeschlagen. Wieso? Naja. Schau mal das nächste Mal. Schau mal da... Du. Verspannen? Mach! Schau mal da!